Eisen ist nicht mehr so ganz in Beliebtheit hier. Nö. Nö. So, jetzt bin ich mal Korbleh-Stone. Wollen wir den denn? Korbleh? Korbleh! Oh, du Dreckser. Darum. Darum. Ich hab nur Korbleh gesagt. Hm. Korbleh! Okay. Lol, wie viele es verschiedene Arten wieder gibt von Korbleh-Stone. Was Korblehs, das weiß ich. Ich nehme davon ein Stack. Dann nehme ich... Davon ein Stack. Nö, das ist... Nö, das wollte ich nicht. Ich nehme davon beide Stacks. Da. Danke. Danke. Danke, danke. Bitte, Begreta. Stirn-U they are the zur Mitteln zur �itla. Zu sag-zack-zack da... 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 wel... den... Machen wir den Grind dahin. Hast du erstmal Totenkopf drauf? Nice. Yay, Totenkopf. Das ist natürlich hier ein bisschen runterbohren, oder? Da hab ich gar keinen. Wie müssen wir denn? Darfst du gar keinen drauf? Oh. Hä? Du bist verwirrend. Du hast gesagt, gar keinen und sind wir abgehackt bei dir. Aha. Drei, vier. Ja, du Spacken. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, fünf, fünf. So. Irgendwie sieht die Spawner aggressiver. Hm? Irgendwie finde ich die Spawner aggressiver. Okay. Spawner auch einfach so. Warte mal, mit dem Grindr kamen Items aus, ne? Items und dieses... Ach, wie heißt das Zeug denn? XP oder... Zeug da? Hm. Keine Ahnung. Lange nix mehr mit dem Grindr gemacht. Ach, Essenz. Ja. Da war ja was. Da brauch ich jetzt mal Glas für. Was macht man denn am besten da für ein Glas? Fünfzehn Stück. Oh, ist schon wieder... Alter, das spielt alles voll hier. Chisel mal nix mehr. Schüssel mal nix mehr Glas. Ja, quick clear. Sollte reichen. De 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 de. Die Blaze, die Brutzeln, die Blaze, die Brutzeln. Eins, zwei, drei. So, die... Was du Brutzelst? Ich brutzel gern in der Sonne. Ne, ne Lava. Ah, mach ich das sogar wieder. Das ist natürlich nett. Ne, ne Lava brutzelt gern Dede. Ne, du. Ne, gestern war das, das war nur durch ein Glitch. Ja, ja. Ja, sagen sie mal alle. Das sagen sie alle. Oh, das update'n Chunkfehler. Oh, nicht mit dem Chisel klicken. Machen wir drei hoch. Hiho, hiho. Das macht den Cent, das Faux. Die Fläger sind wieder Faux. Oh, der Fläsch, der klingelt den Finger an den Faux. Iiii. Das mach ich aber gar nicht. Doch. Ne. So, mach jetzt da. Das können wir jetzt eigentlich... ganz gut gestalten hier. Nennt man zumindest die Grind-Ecke schon mal fertig. Die Grind-Action? Grind-Action. Guck mal, ob das auch nach oben hingeht. Brauchen wir gar nicht auszuholen. Oder nur so. Hm. Mal schauen. Naja, so bauen wir das gar nicht. Das reicht doch in der Höhe. So. Oh, gejuckt. Ah, mach ich mir gleich nur Wut. Wut, 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 Wut. Hopp, 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 hopp. Wo ist mein Hammer, Lieder? So tief wollte ich das auch nicht mehr bauen. Wie sehen, reicht das? Ja. Ja. Der WTF hat das ein bisschen groß gebaut. Ein bisschen groß. Ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen schön. Musst du das so machen? Ok, du bist Cobblestone, dich mache ich zum schönen Cobblestone, Cobblestone. Irgendwas muss ich wegfliegen da, Limestone. So. Ja, ja. Was denn? Er hat ja ja gesagt, äh. Eins, zwei, warte mal vier habe ich hier, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Dann machen wir noch einen weiter. Irgendwas fäbt hier drinnen. Du? Nee. Da? Nee, hehehe. Doch. So. Kann man schon mal die Mauer hier reinziehen. Ich glaube da sind einfach noch zu viele Mobs drin. Was sagst du jetzt? Dabei stimmt das noch nicht. Das sind voll die Out'n'Fapper da. Ich kann jetzt mal Material wegbringen, was ich gerade nicht brauche. Ich habe noch eine Kiste, wo ich einfach wieder zumüllen darf. Ach ja. Du bist auch Müll. Oh, hier habe ich eine Kiste zum zum zumüllen. Eisens Schwert, was ich nicht brauche. Ach, das Zweck, das kann auch weg. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Tier 1. Das. Der Gleiter, die nur mal Spitzsacke. Okay. Flash, Flash, an die Arbeit. Go, 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 Flash. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich suche mal einen Enderman. Ist ja auch gut, ne? Ja. Endermini. Ist gerade Nacht. Sagt es, sie haben kein, kein Muster auf Kopf. Sie haben kein Bild auf der Karte. Okay, dann schau ich mal. Du kannst auch haben, dass das Küper aussehen oder Zombies. Die dann anders aussehen. Einfach nur. Ah. Ah. Der erste Zoom hat mich schon wieder gesehen. Ja, leg. Leg. Hast du? Ja, hab einen. Gut. Ich zieh. Ich zieh. Halt der Fotze. Geh mal schnell. Ich kann mal fänden gehen. Oh, das Curry-Loch. Da sollte ich nicht reinfallen. Nee. Soll Nacht bleiben. Ich glaube nicht, ne? Mir ist das gerade egal. Okay. Zwei Stunden ist schon wieder rum. Wey. Mhm. Übertreiben auch gar nicht. Nein. Fuck, Alter. Fuck my life mit diesem ganzen Zeug. So viel verbraten kann ich doch nicht. Haben wir nicht irgendwo, wo wir einfach Strom verschwenden können? Hm, keine Ahnung. Was verschwindet denn Strom dauerhaft?